so ich mache jetzt heute mit spiel abwechselnd der ist gerade bei mir halt okay leute ich habe gestern einen zauber freigeschaltet ich kann jetzt auf den boden feuerbälle werfen ach so wird es nicht der mensch bekomme ja ich habe eine feuerkräfte aber ich bin nicht feuer die sieht aus warum haben die blut an ihr was habt ihr jetzt schon wieder angestellt also das macht 24 stelle das ist zusatz der mensch das ist zusatz der mensch weil ich meine ich meine ich meine ich meine ich bin ja 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 damit aber auch scheinbar ist sie leben und was ist das für menschen das kann man es nicht sagen 24 stelle mit bahn wenn es nicht der mensch ich denke es ist so gut ob hier irgendwann ein neues Haustuhl sein wird weiß ich nicht wie hast du dieses Haustuhl bekommen? das lag einfach ja, geh doch, die haben einfach auch Kräfte ja geh mal weg verpiss dich mach dir eine Kräfte geh mal weg, alter ja genau, schieß halt einfach einen Fisch du hast das doch nicht vor, die machen was seid ihr für Menschen guck mal, die haben Forti als Waffe warum? guck dir das an ja ich weiß, aber die dürfen noch die Forti als Waffe benutzen wenn ich das ihnen nicht erlaube ach so, stimmt, ich muss drei drücken, nicht Kreis bam, alter, bam, bam bam ne, ne Fräse ich hab 287, alter da ist ein neues Haustuhl schnicki, die Bacini wieso regnet das? ja, natürlich direkt wieder ein Bosskampf warum nicht? oder ich hätte nicht, ich hätte nicht ganz wie ein Boss zu sein ja, das ist ein Boss ich glaube, das ist ein Mini-Boss so, so wie viel Schaden verliert der, ja der, der der stirbt aber richtig oh mein Gott, aber der macht richtig viel Damage ich schwör' denn der nimmt dich auf alter ey, wenn du stirbst so schön, der komplett ja, Digga, was soll ich denn machen, wenn der ist der Forti, ja? warum ist ich der Forti, ja? wie heißt der Bart? wie heißt der Bart? ja, cool an der Seite Statistiken, warte ach scheiße, ich kann nichts upgraden aber ich würd mal sagen äh, warte kann ich nicht irgendwo zu einem Shop verlassene Mühle ach guck mal da, 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 da Liebesladen Liebesladen so, 4 aber einmal oben wechseln wie macht man das? vielleicht mit Kreis du musst ja auch wechseln, um diese Trinke zu trinken warte mal noch 4? hä? ja 3? mach ich das so? so mach ich wie? mit der 1 ja, ist ok ah ok, ok ich hab nicht Kraft ok Leute der Bilo? hat er den Controller? darf du heute? oder? ja, wenn du willst wenn du deine Stimme teilen darfst kein Mal warte warte, warte warte, warte du bist ein bisschen, schwitzt dir du kannst auch mit den Leuten reden also du ziehst du die Schleute? weist du auch, keine Ahnung ey by the way der ist das erste Mal auf die Tür hör ich so lange dieses spiel nicht mehr gespielt den alten fähigkeiten noch rumspielen was das 40 alter die schießen pforte ja wieso wir haben es geschafft ja schieß ich noch mal was soll ja frisch ist ich schala was springt die grafbereit springen ja so du kannst du direkt eigentlich nein bereit halten ich wechsel die ganze zeit das macht doch so keinen spaß das ist egal stirbt doch was habt ihr so viel leben selbst bin tot ich will so hat mach ich nicht ja komm schießt einfach vor die wasser fort die mortier da stimmt kann man das geht auch nein ich bin tot nein hilfe diese dinger sind so scheiße aber mit kräften sind die einfach hier ist noch kurz ein bisschen feuer schließlich auch diese feuer ich hatte habe ich das muss sogar auf eine idee gebracht im bus zu besiegen und sobald der man mit dem zornal auf muss ich versuchen den so oft wie möglich anzugreifen damit ich ihm so viel der menschen möglich gebe bevor er aufsteht also damit ich den einmal dämmeln kann also so oft zu der menschen guckt zum beispiel die ganze zeit so zu machen oder so die muss einfach an den rang gehen und dreieck oder koko koko koki sexy ob das etwas schon geht aber ich kann es einfach so gehen guckt ich bin jetzt werfen sobald ich level 9 oder muss los manchmal schalte ich neue kombus frei mit glück ja dann kann ich ja dann kann ich ja dann kann ich ja keine kombus machen keine ahnung ach du machen jetzt schon allgemein 24 ja mein bruder mama wir haben sich verstärkt nee das ist nicht so ich glaube wenn ich jetzt sterbe dann kann ich weiß ich gewinne dabei immer ich liebe diese schwer dann spät leute da kommt man so zu der menschen halt aber der macht ja auch direkt ne also da wartet ich irgendwie so so wie die sondern der macht ihr einfach ins zu keine pause bei den barm alter ich bin der beste entscheidend schwert würde ich feier dieses erben wir haben halt so ein tiktok gesehen da das war so was mit star wars ist so ein hat sich einfach selbst umgebracht mit dem leser schwert irgendwie sich selbst aufgemacht und dann umgebracht so da hat er pc geschrieben danach kam xbox also mobile war halt so ein kleines roboter so ein kleiner roboter so zu sagen und dann kam xbox hat die playstation angegriffen und xbox gibt es so richtig hat mir auf einmal was macht auf einmal was noch ps4 also playstation also da vorher macht einfach gar nichts und wird einfach nur ab xbox einfach mal zehn jahre was macht xbox einfach mal zehn jahre was macht da brauchst du zehn jahre xbox ach ich kann seine attacke stoppen weil ich ihn treffe ja ok aber ich bin geschehen ach ja guck stimmt ähm ja bam alter thank you sorry much ich bin also kannst du auch ein bisschen mit dem reden ne ich hab Angst ich hab Angst du denkst auch die kannst du dir nach Hause ja die wollen mich so grillen ja aber die kann ich nicht grillen weil die essen sie und sie wollen box die sind voll süß nein der hat keinen bock ich bin doch zu blöd 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 warte 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 da kenne ich noch einen trick muss eine die die war ich weiß ja du bist tot kirche ok ok warte wieder bleib einfach ruhig ok keine ahnung ich bin dumm so welche wunde ja ja stimmt das kann ja auch noch das habe ich ja voll vergessen boah ja das ist krank so nimmt man die hobs ja was denn machst du da ja ich hab irgendwie zu hause gegessen ich habe irgendwie so gar kein hunger mehr heute nicht irgendwas ich hab noch gar kein hunger bekommen mehr apfel lecker apple pan so weiter geht es immer schon auch beim boss oh mein gott scheiße ich habe gerade nicht so diese dinge laufen auch ja habe ich noch getroffen ich bin tot egal was ich jetzt machen ich bin am arsch ok ein hit habe ich ihn gedrückt ja auch ein hit super schwörst du was das ich sterbe hier noch ich bin tot hey weißt du es so geht das so geht das aller wo bin ich nein tot tot ich bin tot wie brot scheiße so dann bin ich wieder leute hallo ich kann nicht aufstehen ja ok diesmal rock ich das das ist einfach aufpassen dass du nicht getroffen wird wenn nichts mehr auf mein boss ist es am wichtigsten dafür habe ich ja noch heiltränke so wenn ihr wenn jemand vor die schießt sich schieß ich euch in den rücken alle das ding ist guck mal wenn man die das erste mal trifft schaut euch mal wie die augen jetzt rausfliegen schaut euch das an wenn man die das erste mal trifft wo man trifft die guck mal wie die augen aus fliegen äh warte hier bei dem kann das gehen sieht das gar nicht guck da habt ihr das gesehen wie die augen aufhören einfach mal rausfliegen so richtig gesicht so richtig augen raus richtig dicke augen gemacht der hat Auge gemacht auf dich hin ey man der macht Auge auf dich oh das war ein ey man das ist ja nicht mal super stark okay komm ich würde sagen nachdem ich die hier erstmal besiegt habe setze ich meine oh ich wollte gerade sagen danach wollte ich meinen heiltrank einsetzen aber mach ich lieber noch nicht ey man hat so viel Glück ey batz batz zick zack zick zack links rechts ja hast du und ey wieder deine neue äh ja work up voll neben naja fast voll neben voll neben nein da kann ich ich sag auch nie was du bist du davon ja gut hab ich gesagt man komm doch her ja nimi ja ich geb mir mal auf dich nimi 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 ים nimi 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 japan wirst Ja, es ist nix zu dem, was ich jetzt... Oha, yo. Okay, du könntest... Ich hab deine Attacke abgebrochen. Nee, warte, warte. Du hast gewonnen. Jetzt mach mal. So auf... Ich will... Wenn ich ihn jetzt mitten drin... Nein, du hast gewonnen. Ja, ich hab ihn. Ja, was geht? Jetzt hab ich dich... Was kann der? Ey, was kann der? Ja, was kann... Was seid ihr denn für die Männer? Oh, nee, das sind wieder solche Fettklöpse. Das bin ich. Nee, glaub mir, das bist du nicht. Das ist auch immer so... Nee, das Ellen, du schwörst nicht, ne? Guck das Ellen, du schmeißt uns auch immer so die kleinen Streichhölter weg. Ja, damaging. Wie unnormal. Nee, das ist... Alter... Haltrank. Das war nötig. Wir müssen, wenn wir gedingt und tot sind, wieder von ganz Anfang an fangen. Könnte möglich sein. Wenn das passiert, ich springe schon... Nein, doch nicht, doch nicht. Wow, 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 wow. Was? Oh, nee, nicht diese dumme Maschine. Aber warte, ich kann blocken. Was? Äh... Diese Maschine. Mach weg. Mach weg. Ja, okay. Das ist los. Das ist los. Das ist los. Das ist los, die boy. Das ist los. Danke, Manni. Was ist die? Was ist die? Forti? Ja, natürlich kommt eine Mande. Oh, nee, nimmst du raus, ja? Ähm... Ja, okay, dann wieder andersrum. Immer andersrum, andersrum. Bam, 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 Alter. Bam, 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 ganz einfach. Ey, die Sterne für sich. Ja, Taktik. Die sind raus. Oh. Du hast es geschafft. Weiter gehen, weiter geradeaus, weiter geradeaus. Das sieht geil aus. Warte, warte mal. Ich kann doch noch... Das sieht voll geil aus. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Da-da-da. Da ist ein Hund. Da ist ein Heißkönig. Da ist ein Heißkönig. Ja, tippe dich halt weg, ne? Ist ja nicht so, als wärst du irgendwie Elsa 2.0. Was? Wer? Wer ist der? Pssst. Oh, guck mal da. Elsa 2.0. Oh! Der kommt safe. Dieses Slime-Dinger kommt jetzt. Pssst. 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 Das ist nix spoilern, du. Nix. Du nix. Was halten die vor, Digga? Alle, die wollen mich schnappen. Sag, was seid ihr denn für Leute? Die wollen einen Kopf schnappen. Guck, da hab ich euch gestoppt. Jetzt brennt die erstmal alle. Und das sind Slimes. Die werden niemals sterben. Entweder sie werden durcheinander geschnitten. Oder wenn sie durcheinander geschnitten werden, dann selbst noch mehrere von Slimes. Also nur kleinere. Ja, ich zerdrücke sie gerade. Pssst. Ne, ich bin Slime, kann man verpratschen. Ah ja, guck mal. Da sind der Schrumpf der Jauche. Das sind die Köpfe von dir irgendwie. Das sind die Köpfe von dir. Ja. Ey, du magst es Slime auch? Ja. Machst du es nicht? Du sagst immer mehr. Ich bin ja, die sind beide meine Cousins. Na ja, Slime ist halt mein Halbcousin. Aber dagegen kann ich jetzt auch nichts ändern. Ich weiß. Oh Gott. Nein, weißt du was? Du sagst, oh ja, oh ja, oh ja. Und dann sagst du, Slime ist jetzt mein ganzer Cousin. Digga, wie ich die Kalle nehme? Die bekommen auf Sommer gerade Schaden. Okay, ich kann weiter. Ey, die Musik. Was? Hi, Fehlermäuse. Wer bist du denn? Was bist du denn für... Wie der köttelt. Ist das dein Ernst? Sag mal, hast du keine Toilette oder was? Ja, kackt. Ey, du bist böse. Was ist das Schande immer? Das war nicht, das war nicht sein, der Mensch. Ich hab vorhin schon... Oh ne, oh ne, oh ne. Nein. Aber das Gute ist die D-Spawn. Nein. Das vergiftet mich. Ja, klar. Warum vergiftet deine Kacke durch? Verlernst? Oh, oh. Warte. Ich hab... Okay, ich hab... Dings. Ich glaub, wir machen mal hier. Und dann mach ich halt Damage. Okay. Okay, 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 Leute. Ich glaub, wir machen das nächste Mal wieder weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.